Ich bin's wieder auch JJ und ich erkläre euch jetzt, was Kaiserschnitt ist. Weil voll viele haben mich gefragt, was das ist. Und Kaiserschnitt, das wird so geschnitten und das fühlt sich richtig so teiglich an. Und da kommt Puderzucker rauf und dann wird das in ganz vielen Streifen geschnitten. Und Kaiserschnitt schmeckt richtig lecker. Und ich glaube, das hat ein Kaiser erfunden. Und weil nämlich seine Frau, die war eine richtig heiße Schnitte, auf einer Weihnachtsfeier. Pau!